Hallo Freunde der Filmunterhaltung und herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film John Wick Kapitel 4. Dieser Film hört da auf, wo Kapitel 3 anfängt. Also falls ihr Kapitel 3 noch nicht gesehen habt oder 1 bis 3 noch nicht gesehen habt, dann schaut ihr euch vorher an, denn es wird zu Spoilern kommen, die mit den vorherigen Teilen zu tun haben. Also in Kapitel 4 ist John Wick weiterhin auf der Flucht und versucht Unterschlupf bei verschiedenen Leuten zu suchen. Nicht nur er bekommt Probleme, sondern auch Winston, der immer noch gespielt wird von Ian McShane. Denn die Hohe Kammer hat einen neuen Marquis bestimmt, der wird gespielt von Bill Skarsgård. Den kennt man natürlich aus den Deadpool 2 Filmen zum Beispiel. Und der hat kein Problem damit, über Leichen zu gehen. Und er möchte gerne die Leiche von John Wick haben. Und wenn es gewalttätig ist und sowas alles, ist es für ihn auch kein Problem, denn es ist ihm alles scheißegal. Und auch natürlich bekommt Winston natürlich auch diverse Probleme, weil er John Wick halt geholfen hat im dritten Teil. Und ja, John Wick versucht irgendwie eine Möglichkeit zu finden, um sich und seine Kollegen ein bisschen ein normales Leben wieder zu bekommen. Denn auch ein alter Freund von John Wick kreuzt den Weg, nämlich Kane. Der wird gespielt von Johnny Yen. Er ist ein alter Freund von John Wick und ja, weil er mit der Kammer verbandelt ist und auch sehr krass verbandelt ist, hat dieser natürlich auch den Auftrag, John Wick auszuschalten, was er ja eigentlich nicht möchte, aber er es doch irgendwie muss. Und ja, unser John Wick versucht irgendwie einen Ausgang zu finden, wo alle irgendwie gut dastehen, außer die hohe Kammer und der Marquis. Also ich muss sagen, dieser Film ist krass. Der Film ist wirklich krass. Also es gibt ja Filme, wo man ja sagen muss, beziehungsweise Filme rein, wo man sagen muss, wo nach dem dritten Teil eigentlich schon die Luft raus ist. Aber bei John Wick ist das irgendwie so der Fall, da ist die Luft nicht raus, sondern der vierte Teil hat tatsächlich eine Berechtigung, da zu sein. Das muss man echt sagen. Also der Film ist wirklich da, um diverse Sachen nochmal aufzugreifen, Sachen abzuschließen, dies und das und so und nochmal neue Leute reinzubringen, die dann nochmal ein bisschen für die Story auch interessant sind. Super! Also wenn man Filmreihen sucht, die eine gute Fortsetzung haben, dann gehört John Wick definitiv dazu. Also ich habe mir die Teil 1 bis 3 Filme im Vorfeld angeguckt, weil ich war mit der Reihe nicht so vertraut und ich muss sagen, ich hätte die Filme echt gerne im Kino gesehen, weil man hatte auch beim Kapitel 4 gemerkt, im Kino, da haben die echt gute Sounddesigner bei gehabt, weil du hast wirklich jede Kugel gehört, wo die hingeflogen ist und das macht natürlich im Kino richtig Spaß. Da kann man im Fernsehen mit seinen kleinen 20 Watt Lautsprecher, die können da einpacken. Es sei denn, du hast ein gutes Surround-System, dann sieht die Sache ja nochmal anders aus, aber ansonsten, das ist ein Film, den man definitiv im Kino gesehen haben sollte. Und ich bin mit dem Film auch sehr, sehr zufrieden, muss ich sagen. Also nicht nur die Story ist gut, auch die Schauspieler, die neu da hinzugekommen sind, mega gut. Also da kann man echt sagen, hat man beim Casting ein sehr gutes Händchen mal wieder bewiesen. Und auch die Kampfszenen, Leute, 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 die Kampfszenen. Ey, also wer das choreografiert hat und alles und so und ey, Hammer, Hammer. Es gab natürlich auch so ein, zwei Szenen, wo ich sage, ja, die waren jetzt ein bisschen, selbst für den Film, ein bisschen zu übertrieben. Die hätte ich jetzt echt nicht gebraucht und auf die hätte man auch echt verzichten können. Aber gut, die sind jetzt halt nun mal da. Ich finde trotzdem, dass der Film echt gut gelungen ist. Also da muss man sagen, super Arbeit an die ganze Crew. Also das passt, das passt. Aber ich würde auch mal sagen, wenn man jetzt mal sich so die Karriere von Keanu Reeves anschaut, erst ist er mir so aufgefallen natürlich mit Bill und Ted. Dann ist er einem aufgefallen mit Matrix, wo es dann von dem lustigen Genre schon ein bisschen in das ernstere Genre geht. Und der ist mit John Wick richtig knallhart und trotzdem immer wieder so eine kleine Prise Portion. Und was ich auch immer so cool finde, sind diese, ich sage jetzt mal, Gentleman Gangster Momente, wo die Leute aufgrund ihres Auftrages, was sie haben, den anderen töten zu müssen, sich trotzdem es Momente gibt, wo sie dann trotzdem zusammensitzen, ganz normal miteinander reden und so. Und erst wenn der Auftrag wirklich dann gestartet werden muss, Betonung liegt auf muss, dann erst kriegen sie sich in die Köppe. Das finde ich so krass, diese Momente. Du weißt, der will mich eigentlich umbringen oder der muss mich eigentlich umbringen, aber man ist trotzdem noch nicht zueinander, solange bis es dann zu dem Punkt kommt, wo es dann kritisch wird. Interessant. Also ich finde diese Story gut geschrieben. Also Drehbuch finde ich wieder echt gut geschrieben. Also da kann man sagen, da haben sich echt gute Leute was einfallen lassen. Und das sollte echt, da können sich viele Filme echt eine Scheibe von abschneiden und auch dran messen an dieser Reihe. Und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Tourenbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop. Alles, was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Also wie gesagt, Kapitel 4 ist auf jeden Fall definitiv eine sehr gute Fortsetzung mit sehr viel Action, mit gewissen Humormomenten, mit tollen weiteren Charakteren, die dort eingeführt werden. Die alten Charaktere werden auch dort weiterentwickelt und weiter vorangetrieben. Und ja, also man kann mit dem Film echt zufrieden sein. Wie gesagt, ein, zwei Szenen, die ich jetzt etwas unnötig übertrieben fand, die jetzt in dem Film jetzt nicht unbedingt rein mussten, weil sie jetzt eigentlich nicht so relevant gewesen wären. Aber nichtsdestotrotz sind sie drin und ich muss sagen, das ist eine gelungene Fortsetzung für eine Triologie, die jetzt auf vier Teile erweitert wurde. Und das schaffen ja echt wenige Filme, nach dem vierten Teil immer noch interessant zu sein. Und von daher, ich gebe den Film zwischen vier und fünf Totenköpfen. Und das passt schon ganz gut, weil der Film zeigt, wie gute Actionfilme mit einem guten Drehbuch, mit guten Schauspielern, mit guten Sets und alles mit wenig CGI umgesetzt werden kann. Und dass man trotzdem eine Relevanz hat für einen vierten Teil. Und der ist dann immer noch gut. Und richtig gut. Also der reiht sich da echt gut mit ein. Und da kann ich nur sagen, Respekt Leute. Ja, wenn euch gefällt, was ich mache, klickt auf den Abonnieren-Button, liked meine Videos und schaut auch mal in die Videobeschreibung rein. Da sind ein paar interessante Links. Da ist eigentlich für jeden was dabei. Und wenn ihr da drauf klickt, dann kriege ich eine kleine Provision, durch die ich meinen Kanal noch weiter aufpeppen kann. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.